Achtung, das fängt schon an. Ich kann mich auch schnell ersetzen, wenn du bist. Ja, warte. Steht da, wie viele da noch dran sind? Nee. Aber ist schon eine halbe Stunde vorbei. Ich nehm schon eine halbe Stunde auf. Ja? Ja. Echt? Steht da zumindest 27. 27.19. Ja. Auch ein schönes Pferd. Ja. Das ist schon zu lernen. Das ist ein Ding mit diesen Teufelsornos. Ja, was? Einhorn oder zwei Horns. Und dann müssen wir rüber, oder wie? Auf den anderen Platz. Ja, wenn sie. Ja. Und einer bleibt hier, oder wie ist es? Ja. Und einer bleibt hier und wartet, bis es hier wieder los geht. Ich glaube, das habe ich schon... Meinst du die Leute, ne? Meinst du die Leute sind aufgeregt? Na klar sind die aufgeregt. Das ist ja jetzt kein wichtiger Wettkampf. Aber die hat krasse Kleider von La Martina. Trotzdem halt, komm jetzt. Ja, wo siehst du das? Auf der Satteldecke war La Martina Zeichen. Ja. Ja. Wenn die Leute alle Geld haben. Das ist für die Urlaub, hat er gestern gesagt. Ja? Ja. Und das ist ihr Leben. Und die fahren von einem... Ich komme jetzt auch aus Südafrika. Ja, Mann. Die fahren von einem Event zum nächsten Event. Meinst du die haben alle Cash, oder wie? Ja, die Familien haben Cash. Viele. Aber viele... Also manchen müssen halt auch gucken, lohnt sich der Wettkampf? Wie kriege ich das Geld zusammen und so? Ja. Und ähm... Das war es schon wieder. Okay und Cut. Schnell trinken.